Alexej Nawalnys Autobiografie Patriot, das unter anderem Aufzeichnungen aus seiner Zeit im Strafplager enthält, wurde posthum veröffentlicht. Das Werk beschreibt, wie er zum Erzfeind Putins wurde. Er schildert seine politischen Anfänge, den Aufstieg seiner Antikorruptionsbewegung und die zunehmenden Repressionen des Kremls. Das Buch enthält bisher unveröffentlichte Tagebucheinträge aus seiner Haftzeit. Mehr als 200 Seiten widmen sich seinem Gefängnistagebuch. Nawalny beschreibt die schwierigen Haftbedingungen und seine schwindende Gesundheit. Mit den Worten, meine Geschichte geht weiter, gibt er seinen Anhängern zudem Hoffnung auf Veränderung. Patriot erscheint in insgesamt 22 Sprachen, darunter neben Deutsch und Englisch auch in Nawalnys Muttersprache Russisch. Auf einer eigens eingerichteten Homepage verspricht sein Team, allen interessierten Landsleuten ihnen ein Exemplar zuzuschicken und so die Repressionen des offiziellen russischen Buchmarkts zu umgehen.